Ich finde das sieht so geil aus, ey. Du mit deinem Hemd da, Alex. Und dann dieser Schlabberhose. Ja, das ist Style. Das nennt sich Wochenend-Look. West Coast. Das ist Wochenend-Look. So, sagt an. Da fliegen wir lang. Oh, was, wie war? Achso, ja, da. Wir könnten uns ein Auto hier besorgen und dann hier runterfahren. Wo meinst du? Ich sehe zu viele Punkte, was? Ich bin gelb. Hier ein Auto. Und dann da runterfahren. Meinst du, das ist ein Military Base? Nein, wir haben nur schlechte Erfahrungen. Haben wir nicht. Natürlich. Ach, komm. Ja, weil wir da mal abgesprungen sind. Nein, auch jedes Mal. Dann geht, lass uns hier hin. Wir gehen hier da hin. Kämpfen. Kämpfen müssen kämpfen. Okay, dann. Ich mag die Stadt nicht so gerne, wenn wir da drüber fliegen. Drei, zwei, eins, los. Vorderseite oder hinterseite Stadt? Ja, Vorderseite. Verdammt, Orientierung verloren. Wo ist die Stadt? Da. Er ist eine Bombe. Also ein Team spawns hier. Die spawnen? Die glücklichen. Wir fliegen uns mal im Fallschuss. Lass mich. Ach du Scheiße. Ich weiße Corinne, Kacke. Oh. Ja, ich hab einen. Oh. Oh. What? Alex, hier hinten. Wo ging der jetzt eigentlich? Ja, ist ja gut. Hier zu den Häusern. Jeder kriegt so ein Viererhaus. Oh Gott, ich bin bei den Dreierhäusern. Nein. Dreh doch ab. Hast doch noch zwei. Alter, ey. Ist der ein Bienenschwarm irgendwo aufgegangen? Bienenschwarm? Wieso? Das sind doch nur vier Leute. Also ich hab nur vier Stücke zählt. Nee. Nee, das waren locker. Das sind viel mehr. Das sind zehn, 15 Leute oder so. Ja, dann töten. Tot machen. Ich warte gerade, dass wir die Textaturen laden. Ja, Textaturen. Das ist die Mehrzahl von... Ah, okay. Ja, die kenn ich auch noch nicht. Die Textaturen. Ja. Oh, yo, Junge. Skael, direkt eine Firmasucher. Alter, leckt der Server bei euch gerade so? Ja, auch leicht. Ja, ja, war gerade. Stabil. Alex, nachher nehm ich dir die Skael wieder ab. Ja, wenn du was anderes hast. Wenn ich was Gutes für dich finde. Wenn er einen Karabiner findet, ne? Na ja, mal vier Sucher. Finde ich gut. Ja, ich hab noch nie meine Hose. Gesundheit. Hast du doch nicht meine Lampe? Das ist doch... Ich hab gar nichts. Ich bin gerade das unterste Stockwerk fast durch und hier nicht nur und ich... Oh, ich hab ne M16. 90 Moni. Die nehm ich dir auf jeden Fall schon mal ab. Gut. Wert. Alles Klärchen. Bärchen. Bärchen. Alter, ich geb dir nie wieder ne Skael mit allen Stuff dran, Junge. Oder irgendeine andere Waffe. Ich mach alles ab. Vorher. Hast du jetzt ein Trauma deswegen, oder was? Alter, ich geb ihm einfach ne Scheißwaffe, wo alles dran ist. Er so, ja, auf der Skael, die ist auch fast voll ausgerüstet. Ne, 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 warte. Du meinst, meine Waffe ist fast ausgerüstet. Ich so, ja, meine auch. Fast. Ja? Ja, da war... Ich hab ne Skael, ich brauch deine Waffe nicht. Das Klang überzeigen, Alex. Was musst du es zugeben? Ja. Und da war halt... Da war halt nur ein Visier drauf. Und es war ein Holo. Es war nicht mal gut. Oh, Mann. Ich hab noch mal zwei. Also, eben mal nur, um das zwischenzuhaken, ein Auto steht in der Garage und ein Teil vor meinem Haus. Das ist sehr gut, weil dann können wir das einfach gleich, wenn wir so unser Haus fertig haben, das nehmen und abhauen hier. Weil dann sterben wir da nicht. Das willst du einfach so nehmen? Ja. Das könntest du einfach gar nicht. Mach's vorher kaputt. Mach's vorher gegen den Stein. Ich hab noch mal zwei Rucksäle, wenn wer will. Ne, danke. Ich muss noch fahren. Hey. Hey. Genau. Hey. Ich spiel mal so... 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 Toll. Ein Pain Killer. Ich hätt gern irgendwas zum Heilen. Naja, ich hab's Haus durch. Ich bin fertig. Ich auch. Ich bin auch gleich fertig. Ich hab bis jetzt nur ne Schrott gefunden. Ich wollte grad fast schießen, aber dann hab ich... Ich kann dir ne Wache abgeben. Alles gut. Kriegst von mir was. Ich kann sonst auch noch was abgeben. Ne, alles gut. Ich hab ne Pfanne. Der Tag ist gerettet. Tom ist gemutet. Okay. Ob Tom weiß, dass er gemutet ist? Tom weiß bestimmt, dass er gemutet ist. Tom, du bist gemutet. Nein. So. Ich bin wieder unter euch. Das warst du schon immer. Unter mir warst du schon immer. So, komm mal her. Ich geb dir mal eben... Wie kann man den Benzinkanister in ein Auto packen? Mit Rechtsglück, wenn du den in die Hand nimmst. Kann man den in die Hand nehmen? Keine Ahnung. Geht irgendwie. So, die ist schon mal voll ausgerüstet. Ich hätte noch ein... Du musst da reingehen oder so. Ja, ich glaub auch. Ich schmeiße noch mal ein paar Kleinzeugen, ein paar Anbauzeugen, ne? Braucht noch jemand Anbauzeugen? Hier liegt nur unbeschwacht. Nein, danke. Und die Zone... Oh, sie lag jetzt... Ja, los. Tom, Tom, komm her hier. Da war ich mal kurz. Da waren wir doch schon drin. Da war ich überall. Zie, 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 zie. Er ruckelt bei mir auch durch die Gegend, ne? Ja, ja. Ja, wir haben ja auch. Hallo. Kuku. Hallo. Ich hab natürlich eine krasse Waffe. Ist ja nicht so, dass die Stadt voll ist. Fitt mit. Hier hättest du nicht rausgekommen muss, aber ja. Wird's auch hinter das Haus fangen. Wirst du mal Tschüss hufen, oder was? Das sind internationale Zeichen für Tschüss hufen. Den sagen, dass wir ein Auto haben und den nicht die Penner. Jetzt kommt gleich so ein Sniper-Schuss. Ich hab gesagt, wir hätten auf die Insel gehen sollen. Ja, aber die Insel ist kacke. Ja, aber da ist jetzt richtig heftig Abgang und so. Ist doch egal. Wollen wir die Brücke becampen? No, nicht mit dem Loot. Doch, mit dem Loot kann man, also mit meinem Loot kann man das kontrollieren. Auf jeden Fall müssen wir jetzt schon über die Brücke, bevor die Brücke nämlich bekämpft wird. Ja. Wir können einfach direkt über die Brücke jetzt. Guck mal, da vorne sind Gegner. Ich wär alle Schüsse mit meinem Mato-Hater ab. Ja, da, wo die Bombing-Zone ist. Achso, ja. Ich hab das, ich hab das bisher noch nie, also du meinst zwar, dass das so ist, aber ich hab das irgendwie noch nie registriert. Das ist so. Ja, also... Zwei, einer kann bei mir noch mitkommen, wenn er möchte. Weil, ich hab noch nie jemanden in der Zone halt dann gesehen, so. Es kann auch sein, dass das dann einfach nur Zufall ist, dass ich halt nicht gemerkt habe. Aber, ich hab's halt nicht so... Ja, manchmal spawrt das ja auch auf einem selber, aber... Ja, aber ich mein, wenn die Zone ja nicht direkt auf einen spawnt, dann spawnt ihr auf jemand anderem. Richtig. Oder du bist im Wasser. Ich hab halt, wenn die auf jemand anderem spawnt und der war fast neben mir dann praktisch, also der war ja nicht weit weg, so auf dem Berg umdrauf, dann bin ich auf den Berg gegangen und ich hab halt nirgendwo jemanden gesehen. Der hat mich halt mega gewundert. Aber naja... Na gut. Na gut. Aber interessanter andere Fakt ist noch, wenn die Bombe in so ein neben... oder beim Wasser ist, dann schlägt keine Bombe im Wasser ein. Und dafür alle Bomben, die sonst auf der Zone, auf dem Bereich spawnen würden, wo Land ist, würden dann auf dem Restland... Also so, das heißt, die werden dann so praktisch woanders hin verlagert. Genau. Ist da noch was interessantes? Ja, für mich. Hier sind Gegner irgendwo. War kaputt. Einen hab ich kaputt gemacht. Dann machen wir den anderen. War der sofort tot? Ja, nein, war nicht. Seid ihr echt mit dem Moped hier reingefahren? Ja. W paw hello. Wir haben ihn voll über gefahren. axial Wein shoes Hat noch irgendwer M4 Muni? Eee, also ein 16. Ganz wenig, ganz wenig leider. Da hab ich dachte einen lucksten, tą bitte wie du. Rechts von uns sind welche. Was war das? Ach ne das ist ja schon... Also da, da... Ich kann da rausfahren jetzt. Achso, warte mal. 9mm Muni, hat die noch einer zufälligüber? 9mm... Na. Ne gar nicht. In der Leiche war noch was. Na dann... da wo ich gleich nicht mal line up alter hat's mal ja der macht genauso gute Witze wie ich nur schlimmer hier ist noch ein Level 2 Rucksack wenn jemand möchte und ne Schrotze aber ich muss mich mal heilen ich hab nix am heilen was ist denn der Punkt? wir sollten auch gleich los ja wir können jetzt aber direkt lassen es zurück und dann weiter jetzt weil hier ist keiner das muss so geil ausgesehen haben in seiner Posi ja da kommt einfach so Motorrad die Treppe runter gesprungen wir sind da wirklich die Treppe nicht runter gefahren zurück 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 er beherrscht die deutsche Sprache instinktiv da muss ich mal eben hier so 5 Minuten sprechen ich nix sprache das ist völlig unmöglich übrigens ich hatte gestern mit den geilsten Kills die ich jemals gemacht habe alex jemanden ach das ist das moped gewesen alter das versperrte jetzt einfach mal den weg ja es steigte mal rein hier bleibt nicht mit dem weg sehen aber da schnell weg ich habe mir das gefühl dass wir hier zu zweit runter geholt werden also das kann passieren aber wenn der fahrer runter ist dann bist du auch tot ja oder wir fliegen einfach alles so gehen wir ja alles ich sehe das schon kommen gleich kommt so ein strohbalm und puff weg das wäre voll cool wenn wir von vorne runter fliegen dann aber das ist in dem spiel leider nicht so und ich sehe noch nichts das wird wenn das ruckelt dann wird das alles noch so ein bisschen ekliger es ist keiner über die brücke laufen das auto hat ein schmerzmittel auto hat ein dachschaden nimm mal den buggy hier alex wir holen die ab das hat wortwörtlichen dachschaden wir kommen der mechanik bitte kommen hier ist noch ein holo wenn du willst was sag ich dir denn ganz es kommt da immer so komisch vor wenn man mit dem moped fährt geht das alles so schnell da fliegt die welt an einem vorbei und man sieht gar nicht mehr wo man ist der hand ich habe nur ein buggy das dauert ja genau das bäger hat noch eins was hab ich ein auto ach so oh alter schieß schieß ja ich bin in ihm drin schieß jetzt wei sehr gut unser buggy hat keinen sound also hinter uns war gerade ein einzelner in dem auto ein einzelner im auto ein einzelner ist noch ein motorrad das ist noch einer okay dann lass abfangen hier hat das buggy bei uns bei dir auch kein sound aber bei mir hat das sound also ist wohl ein bug der dann nur beim spieler liegt wie war es mal mit einer verbanns tasche ich hab noch gar nicht zum heilen alter ich dropp die hier du kannst gerne meine er hat schilder halt du musst dich in der verbände ich bin so gechillt schildiger geht das auch gar nicht mehr oh ich weiß nicht auf dich bezogen oh schade war ja du schuldest mir noch einen von vor 80 runden so jetzt nicht theoretisch eigentlich so unrecht ja genau ich erinnere mich auch hier sind hier sind leute irgendwo gewesen ach wie ich doch gesagt zwei leute waren hinter uns die sind hier schon vorher gewesen das meine ich ja aber das ist hier her gefahren worden definitiv die fahne nicht die fahne nicht die mama heißt das auch hier ist noch ein viermal suchen das ist sehr gut muss vor allem mal in die container gucken tom da geht die party ab da ist einer das einer das einer wo es da draußen bei seinem auto das frage ich auch jedes mal da hört auch keiner zu ab sein reifen und noch ein reifen ausgenaut und sie auf die nächsten war da sind die nächsten ist tot ist tot ist tot wo sind die nächsten ich höre dich herum bis der stirben naja gut das war noch der oder nee der war der wand noch nicht da und hier ist ein viermal so war der kann ich gleich mal geben ich ja ja ich komme ja das ist wieder als einer so von seinem verschollenen team was kann ich auch gerade nee nee hier ist der viermal so in der leiche drin also unten drunter und zweimal so hat er auch noch hat der runde er hat mannig wir müssen uns noch gleich bewegen oben auf die berge gehen am besten ja kann man machen wir lassen es jetzt los warum nimmt dann kann er die dreierweste mit sagt jetzt nicht weil sie angeheitet ist ja und die hält trotzdem noch zweimal schlusser aus als eine weste als eine einer weste ja hier ist noch heilung hier ist noch ein koffer wenn einer sucht das ist ja ganz hinten beim hafen ja ich habe schon so viel ja dann nimm trotzdem mit ich habe jetzt oh gott ich habe schon drei koffer und noch eine tasche da ist doch gut ich habe noch gar nichts dann kannst du das gleich geben an die creme nö da ist keine ahnung da oben drauf? nö da habe ich so tot na eben deswegen laufe ich trotzdem immer zickzack grundsätzlich zickzack das hörte sich ganz verkehrt an was macht denn der kompensator nochmal der sorgt für weniger hopp ab achso äh für weniger ich wollte im moment hopp hopp moment für weniger rückschuss für mehr ne weniger ja für weniger ja ich brauche einen mündungsfeuer etwas besser nö eigentlich nicht eigentlich ist der mindungsfeuer etwas besser kommt auf alle anderen welche waffe und was du damit vor hast ich wollte kurz sagen also wenn du hinterm baum stehst und der gegner weiß schon wo du bist dann ist ein mindungsfeuer etwas relativ unsinnig also im nahkampf ist ein kompensator echt perfekt weil der bringt einiges auf einer m416 zum beispiel bringt der richtig viel die hat ja auch ein spray der von jenseits so gut und böse das stimmt aber deswegen mag ich die waffe auch so die schießt verdammt schnell ich wollte grad sagen ich mag sie so die sprayt in alle richtungen wo wir unten weg geholt wurden das letzte mal wollt ihr berg hoch oder wo wollt ihr hin ich will jetzt seid ihr dann vorbei seid ihr dann vorbei da in die richtung wo du jetzt läufst ist aber ein abhang ich weiß da kommst du runter ich habe nichts gesagt vielleicht Alex tot Timo tot Tommy tot Tom tot ich weiß nicht ich höre irgendwas hinter mir hier ich glaube das ist irgendwie immer der Wind ich habe manchmal auch das Gefühl jetzt höre ich auch nichts mehr das hört sich an wie ein Buggy aber siehst du hier kommst du seitlich runter also hier ist einmal abhangen aber du kommst auch seitlich runter hier kann man so perfekt oh guck man da aufm aufm airfield fährt ein Auto noch sehe ich gar nicht ich bin so weit hinter euch hey oh beautiful ok fuhr oh da hinten läuft einer die zwei ach mal suche damit sieht man die alle oh halt oh denn alles ist weit weg na gut da so weit kommen wir nicht wo schließt du jetzt drauf 345 sind zwei Leute auf der auf der Hügellandschaft hinter den Ballen 345 ok 345 boin hallo 445 was geht denn ah ja da sehe ich ein Elefant der stimmt der hat vier Beine der kann gehen da alles gut wir sind hier grad voll in der A4 Runde zugange alles klar ne ich habe keinen Bock mit dir zu spielen Christoph jetzt geht das mal kurz das war seine Antwort eben ja ich hatte auch eben keinen Bock weil ich für YouTube geschaut habe genau in dem Ton ja ist doch auch in Ordnung oder nicht? ne ne was? hast du ja nicht einen Schalldämpfer? ah ne das ist nicht alles kass deine Waffe ja oh ich wurde beschossen aber heilige Makrele oh ja Sniper das war ein Wonshot online von hinten von hinten von hinten von hinten? hä? der ist oben am Berg ich spiel auch mal ne Runde später oh ich sehs nicht ach da hä leih hab einen down wir sind beide down wir sind beide down ich komm nicht aus der Kohle raus hier alter leck mich ich komm hier nicht raus beide tot alle tot? ne die waren direkt tot hat er schon wieder drei Kills? gleich kommt der mit der wegdämpfer ja ich hab drei Kills ja ich hab drei Kills dann musst du hier den Tod machen ich brauch dann irgendwas zum heilen gleich mal ich hab gar nichts ich block gleich ich hab nur eine die brauch ich gleich selber musst du von Alex kriegen ja hier hör mal jetzt hab ich auch nichts mehr sind immer noch Leichen zum looten das wisst ihr ne? ich hab den leider komplett ich hab den leider komplett ich muss mich erstmal jetzt hab ich auch nichts mehr ich hab den leider komplett sein Helm zerstört ich hab hier noch ne ein Koffer hier ist noch was zum heilen drin aber mein Helm ist komplett im Arsch leider also wenn der irgendwie 5,5,6 im Arsch ist ja ist sie drin lass ich drin lass ich drin ja perfekt weil ich hab fast gar nichts mehr ja nimm hier ne ich brauch nicht Vector wenn jemand möchte ist noch ne SKS drinne brauch ich nicht oder? ahhh brauche ich der viermal sucher wär kacke so und dann müssen wir gleich mal hier weiter irgendwie hat irgendeiner von denen erwartetes Magazin? äh Alter komplett leer gelooted hier nix mehr rüber das Taktik nennt sich das oder hier hat den Griff sehr gut sonst auch nix ok gut ok krass 25 Achtung auf die in der Richtung sind auch noch Leute da wurden wir auch beschossen mhm unten bei dem Turm da wo war hier Turm? meinst du jetzt hier in der Antennenturm oder meinst du? ne den ganz kleinen nein bei 145 da waren ja haben wir die nicht angeht ne die sind nicht tot ne wir sind jetzt hier hinten rumgelaufen wir sollten erstmal den Berg hier verlassen mhm jetzt wenn möglich bitte wenden mhm hatte irgendeiner von denen noch ne 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 der eine hatte noch einen komplett zerstörten Level 3 Helm durchmär genommen weil mein Level 1 Helm auch kaputt war hier sind wir noch relativ aber wir können trotzdem ein bisschen weiter runter hier oder einfach nur ein bisschen weiter hier rüber das ist noch besser glaube ich von der Zone her sind wir hier recht gut ne wir laufen direkt am Start wenn wir uns hier so hier so hinschillen wenn wir hier so irgendwie bleiben da hat man oben relativ gut im Blick nicht so wie eben die Situation oh ich werd beschossen von oben ja von ganz oben ja hab ihn zweimal hab ihn zweimal wo war denn der auf der Kugel? ganz oben da bei dem bei der Kugel oder was? bei dem Kugel ja genau bei der Kugel da wieder wo war das denn jetzt? ne er ist rechts vom Steinhang grad gewesen er rennt jetzt glaube ich rechts runter ja der muss hier zu uns kommen oder zumindest weiter runter gleich in einer Minute von da oben wird dir schon mal ziemlich mies runter gefallen du das ging bergab du lebst auch bis zum Ende hinten bei 255 läuft auch einer zu diesen drei Tanks da auf dem mhm ja 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 seh ich beliebte Cyberzone eh keinen er ist schon hinterm Tank so dann müssen wir hier mal ein bisschen aufpassen wir sind nicht weggesniped werden Alex du hast den oben einen Blick? ne ich guck wieder hin ich guck wieder hin oh jesus kacklos das war jetzt unten vom Feld glaube ich ja hast du es angehört weil der muss ja hier irgendwann auftauchen ja unten vom Feld welchem Feld? vom Rollfeld oder vom unten bei dem Tank da bei den Tanks 155 schießt auch noch einer wo ist der denn? alter wo ist der? tatsächlich guck hinter den Tanks raus ich erwisch ihn da nicht von 195 schießt auch irgendwo einer ja Alex ja seh ich wenn du dich hier hinter positionierst kannst du hinter die Tanks gucken dann guck da immer gerne mal hab ich gerade gesehen ja peak da raus hau habt ihr da oben was gesehen? ne ne? schießt noch was anderes auf ich weiß noch nicht ob der auf mich ist hinter uns ist hinter uns einer 60 ja ja seh ja ok ist down komplett down direkt? ja direkt down wo war der? mitten auf den Hang ich geh hin und guck mal hin lass nochmal ganz schnell looten ja 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 der Dreierhelm ist meiner mein kill alles gut kannst du ruhig haben mach das eh mach das schon nimm auch die Dinger sonst mit ich guck mal ein bisschen auf die 210er Richtung ich lass ein bisschen 5er Munition drin ist der da hinten bei den Tanks tot? kannst du nehmen mhm ist der bei den Tanks tot? nein Achtung Zone Alex ah bei mir kommt der hin hab ihn einmal hab ihn zweites mal sehr gut er ist am Baum unten bei den Tanks der läuft an der Zone auf dem offenen Flugfeld rum einer hab ihn das war der eine der von links geschossen hat auf dem offenen Flugfeld ist einer ja auf dem offenen Flugfeld hab ich auch grad gesehen alter hier ey Junge wir können oben auf dem Berg bleiben wir können oben weiter rum hm den krieg ich nicht sind direkt über und rüber geflogen der Herrbruch? alle da ja die Zone ist ja relativ klein ne ich bin der meinung das auf dem Berg da äh 285 2 Leute 2 Leute 285 285 ja da seh ich das ist doch kein Berg doch achso von euch aus 285 ok ich kann vor allem die Schüsse nicht zuordern geil das sind 3 Leute wenn nicht einer von denen schon die hatten sich eben befightet rechts ist ein Airdrop hab ihn einmal hab ihn einmal hab ihn einmal hab ihn einmal der eine hat uns gesehen hinten ist auch noch einer ganz hinten da sind zwei ganz hinten westlich nicht drauf tatsächlich der Position abdrehen doch die sind ganz oben zwischen den Bergen ganz hinten hinten am Rand westlich 285 scheiße Adrop ist hinter dem Berg da kann ich nicht rauf gucken schade wir müssen gleich rein weiter runter ja ich lausche mal ein bisschen hab ihn einmal hab ihn noch ok die haben sich gegenseitig abgeschossen unten hinten sitzen die immer noch westlich genau westlich ganz hinten auf dieser Erhöhung laufen die rum ganz hinten am Rand wichtig ist leider dass wir nicht alle hinterm bleiben ne einer von denen ist tot die haben sie gerade abgeschnallt da hinten ok 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 Leute wichtig ist dass wir gleich nicht alle hinterm gleichen Stein oder Baum hocken sondern verteilt euch ein bisschen nach rechts hab ich da ja gar nicht geguckt ich hab halt wirklich nur aufs Feld geguckt oh fuck hier ist kacke du bist aus der rechten rechts aus der Richtung aus der nordländischen Richtung ne du bist aus der nördlichen Richtung da laufen Leute übers offene Flugfeld die Idioten vier Stück ja wie scheiße schießt ihr denn gerade ich seh das ich seh die vier Leute auf dem Flugfeld oh lol dann bin ich in der Zone bin ich hier in der Zone bin ich hier in der Zone ne vielleicht gerade so sobald die Linie unter dir weg ist in der Map dann bist du in der Zone warte 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 jetzt hier bin ich in der Zone nein hier bin ich in der Zone aber hier ist scheiße ich lebe mich an die Mauer vorne rechts hinter diesen Turm seid ihr da oben safe? ja macht euch schon mal eure Boostleiste voll hm hier ist schon dabei ich hab mich voll vergessen ich werd abgeschossen ich werd abgeschossen ich weiß nicht von wo lauf in Deckung ja ich kann nicht ich lag gerade ah ich weiß nicht von wo ich seh die auch nicht mehr die auf dem Berg waren ja ich sehs dankeschön drauf geschossen hab ihn dreimal getroffen hab ihn ausgenockt hab ihn ausgenockt hab ihn ausgenockt sag doch mal irgendwie grad oder so äh von mir aus sind 200 äh hinter so einem Busch 285 von euch aus irgendwie 200 oder so ja 285 ja 200 wenn er dahin guckt dann ist das irgendwie so Westen circa weil er guckt ja von weiter links ja das müsste bei dir so 330 oder so sein aber ich komm mal zu euch ihr seid ja gut in Deckung und auch in der neuen Zone vor allem das ist hier ne geile Position Alex das ist ne super Position die Land äh die da hinten der Hügel da sind bestimmt noch irgendwas ja da gibt und mich wundert das gerade dass wir von der kleinen Radargeschichte nicht runtergekommen sind also da war echt keiner mehr drin wo Schüsse aus der ich muss das war ja der von hinten hin aus der nördlichen Richtung die sind genau 255 auf dem Werk zwei Leute jetzt sehen wir von hier unten nicht mehr die können wir von hier aus nicht sehen von hier unten geht das nicht achso also ich kann sie von hier unten nicht sehen wir sind schon zu tief aber du musst da auch gleich runter ne Tom Tom bewegt dich Tom die macht damage es sind nur noch es sind nur noch zwei Leute stimmt es sind nur noch zwei Leute jetzt sind die da hinten da hinten waren zwei ja dann wir sitzen das aus wir sitzen das aus wir sitzen das aus ja wir sitzen das aus wollte ich grad zeigen vollpushen warte ich leg mich hinter die Mauer ah da ist einer ja stimmt da war einer wo ist der andere ok das ist gut nice also fünf am Leben irgendwo ist noch einer mhm der liegt irgendwo entweder am Berg da oben ab ihn fünf kills nice ach wahnsinnig ich hab wenigstens einen kill aber ey ich hab die nicht Leute gesehen ey schönes Video danke das war echt war ne gut abgesprochene Runde mein erster Win ja vor Gott sagen Timo erster Win ja gut Weltklasse finde ich gut schön soviel das fürs zugucken daumen da lasse und so weiter wisst bescheid und tschüss bis zum nächsten bis zum nächsten bis zum nächsten